. Yo Leute herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DannyTV. Ich befinde mich mal wieder im Auto. Das heißt heute gehts nach Hameln und ich werde euch einfach mitnehmen. Viel Spaß und dann werde ich mich aufs Hameln wieder. Ciao! Yo Leute, ich bin jetzt hier in Hameln im Bloggergarten. Hinter mir, da ist Hameln. Sehr warm. 20, 28 Grad so ungefähr. Hinter mir da ist Hameln. Sehr schöne Stadt. Ich filme jetzt nicht mehr so viel aus Hameln. Ich werde noch ein paar Fotos reinschreiben. Bis dahin. Ciao! Ich bin jetzt hier in Hameln. Ich bin jetzt hier bei mir. Ciao! Ich bin jetzt hier bei mir. Bis zum nächsten Mal.